Hallo und herzlich willkommen zum ersten Übungsvideo zum Thema Bruchrechnen. In diesem Video behandeln wir zwei Beispiele zum Thema. Das erste Beispiel werde ich vorrechnen. Das zweite wirst du selbstständig lösen. Aber keine Sorge, falls Probleme auftreten und du Fragen hast, rechnen wir natürlich gemeinsam. Los geht's! Zuerst rechnen wir gemeinsam. Das heißt, du brauchst unbedingt Stift und Papier zum Mitrechnen. Das gilt auch für alle weiteren Übungsvideos. Zur Erinnerung werde ich dir immer dieses Symbol einwenden. Und sollte ich etwas zu schnell sein, kannst du das Video zwischendurch pausieren. Jetzt starten wir aber wirklich mit dem ersten Beispiel. Klammer auf. Vier Fünftel mal ein Viertel plus drei Zehntel, Klammer zu, dividiert durch ein Ganzes und ein Achtel ist gleich. Wir erinnern uns an die Vorrangregeln. Klammern vor Punktverstrichrechnungen und müssen zuerst die Multiplikation in der Klammer ausführen. Zwecks Übersichtlichkeit und Form schreiben wir untereinander. Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnet. Bevor wir multiplizieren, kürzen wir noch durch vier. Als Ergebnis erhalten wir ein Fünftel. Den Rest schreiben wir von oben ab. Außer, dass wir die gemischte Zahl, ein Ganzes und ein Achtel in einen Bruch, nämlich neun Achtel, umwandeln. Um die Addition ein Fünftel plus dreizehntel ausführen zu können, müssen wir die beiden Brüche zuerst auf gleichem Nenner bringen. Dazu suchen wir ein gemeinsames Vielfaches der beiden Nenner 5 und 10. In diesem Fall bietet sich 10 an und erweitern den Bruch ein Fünftel mit der Zahl 2. Wir erhalten zwei Zehntel und schreiben den restlichen Term wieder auf. Zwei Zehntel plus drei Zehntel ergibt fünf Zehntel, die wir noch durch neun Achtel dividieren müssen. Um diese Division ausführen zu können, bilden wir den Kehrwert von neun Achtel und multiplizieren mit diesen. Wir erhalten also fünf Zehntel mal acht Neuntel. Bevor wir ausmultiplizieren, kürzen wir noch 10 und 8 durch 2, was 5 und 4 ergibt. Und wir kürzen auch noch 5 und 5, was jeweils 1 ergibt und erhalten 1 Eintel mal 4 Neuntel ist gleich 4 Neuntel. Jetzt bist du gefordert. Das folgende Beispiel sollst du selbstständig lösen. Ich mache kurz Pause und warte auf dein Ergebnis. Ist dieses richtig, hast du die erste Übung bereits gemeistert. Solltest du Probleme haben, rechnen wir natürlich später gemeinsam. Folgende Rechnung ist gegeben. Aufgrund der Vorrangregeln führen wir zuerst die Subtraktion und die Addition in den Klammern durch. Dazu bringen wir die Brüche jeweils auf gleichem Nenner. Wir erhalten Klammer auf 36 Sechzigstel minus 25 Sechzigstel Klammer zu mal 3 Viertel plus Klammer auf 30 Vierzigstel plus 4 Vierzigstel Klammer zu dividiert durch 4 ist gleich. Wir lösen die Klammern auf, indem wir subtrahieren bzw. addieren und erhalten. 11 Sechzigstel mal 3 Viertel plus 34 Vierzigstel dividiert durch 4. Bevor wir weiterrechnen, kürzen wir noch 60 und 3 durch 3 und erhalten 11 Zwanzigstel mal 1 Viertel. Achtung! Kürze eine Division von Brüchen erst, wenn du diese als Multiplikation mit dem Kehrwert angeschrieben hast. Sonst ist die Gefahr groß, unnötige Fehler zu machen. Wir multiplizieren und erhalten 11 Achtzigstel plus 34 Vierzigstel mal 1 Viertel. Aus der Division durch 4 wird wieder eine Multiplikation mit dem Kehrwert, also mal 1 Viertel. Jetzt kürzen wir 34 und 4 durch 2 und erhalten 17 Vierzigstel mal 1 Halb ist gleich. 11 Achtzigstel plus 17 Achtzigstel ist gleich 28 Achtzigstel. Gekürzt durch 4 erhalten wir als Endergebnis 7 Zwanzigstel. Den ersten Übungsteil zum Thema Bruchrechnen hast du erledigt. Falls du noch Fragen hast, schaue dir das Erklärvideo zum Thema Bruchrechnen nochmal an. Wir sehen uns.